Ich weiß nicht, ob du das weißt, er war eigentlich ein glühender Transatlantiker. Und woher kam das? Weil er in den USA Entwicklungen gesehen hatte, die sich in friedlicher Weise abgespielt haben, noch vor dem Bürgerkrieg damals, also gewisse Entwicklungen dort. Und man darf natürlich auch nicht ausblenden, im Kommunistischen Manifest war ein Gewaltaufruf drin gestanden oder zumindest die Möglichkeit der gewalttätigen Durchsetzung auch seiner Zielsetzung. Das war natürlich alles noch ein bisschen früher. Aber warum diese transatlantische Romantik, das hatte zwei ganz banale Gründe gehabt. Das eine war weniger banal, war der, dass er tatsächlich da eine gewisse Vorreiterschaft offensichtlich sah. Das zweite war, er war ja notorisch pleite. Er hatte keinen Pfennig im Hose-Sack gehabt und war unter anderem darauf angewiesen, dass Friedrich Engels ihn finanziert hatte. Im Übrigen, wenn wir über Ausbeutung sprechen, und das ist ja einer seiner großen Taten, die unbestreitbar sind, dass er sich gegen die Ausbeutung der Menschen gewandt hatte, derjenige, der sich wirklich in gewisser Weise ein wenig ausgebeutet gefühlt haben könnte, was allerdings nicht tat, war Friedrich Engels, der ein Dauerfinanzier war. Und dann dazwischen wartete er immer wieder, das hat er gelegentlich auch jubelnd dann kundgetan, wenn wieder jemand aus der Familie starb, weil dann wieder die Erbschaft reinkam. Also auch da gab es ganz interessante, wäre auch eine interessante Debatte mal mit ihm über die Erbschaftssteuer und dir, also wie sich das dann abgespielt hätte.